Hallihallo, Hallihallo, es ist mal wieder soweit für das erste Unboxing in diesem Jahr. Zusammen wie ihr seht hier Pyroflori, Pyrocelina und sogar die Frau ist bei. So, was wir da schönes haben, da zeigen wir euch jetzt Filet. Nee, Schnitzel, Filet, Schnitzel. Seid ihr schon gierig? Ja. So, hier haben wir das gute Plachtstück. Schöne Paket ist von Pyroland. So, was das schönes drin ist, da gucken wir jetzt. Ja, aber erstmal holen wir den Müll da raus. Was denn für Müll? Feuerwerk ist kein Müll. Nee, ich meinte die Folie oder die Knister. Ja, meinst du? So, sorry. Bist du wieder kierig? Rausreißen alle! Guck mal, was zum Knallen wieder, wa? Jaaaa! So viel? Ohhhh! Ich auch! Oh, ja! Richte! Das war aber eine Knallhäpse. Eine Knallhäpse? Eine Knallhäpse? Oh mein! Oh! Freust du dich auch mal? Klar! Ja? Immer kommt Müll in der Tüte. Warum? Das ist lustig! Hier, guck! Aua! Leute, wie ihr seht, wird die schon köstlich geknallt. Wir läuten Silvester ein. Los! Knallhauts! Ziehst du Flunsch dabei? Oder was? Aua! Florian, du hast es geschafft! So, Leute! Es ist soweit! Was hätten wir denn, Dora? Ein... Ohhhh! Wir nehmen von oben, ja? Guck mal, das ist ein Feuerschwert von Nestle! Das ist doch meins! Für euch! Ein Feuerschwert! Zeig mal! Für mich! Was, Florian, du wolltest auch eins haben? Ja! Da haben wir doch bestimmt noch eins. Guck mal! Feuerschwerte! Winnie! Oh, echt schön! Das ist wie Weihnachten, ne? Zeig mal her, Lidchen! Ich denke mal, das kennt ihr ja sicherlich. Ich wollte das mal haben für die Kleinen, ne? Das ist natürlich von Leslie. F1 das Ganze. Ja, 29 Gramm NEM. Wow! Von Blau zu Rot, glaube ich, war es. Das ist halt Bengal, ne? Für die Hand, ne? Für die Kleinen. Super! Ja! Jetzt kommen wir mal zu einer Neuheit. Pass auf, Florian, wir legen das da vorne hin. Und zwar von Leslie im Dunkeln Funkeln. Das ist ein 35-teiliges Sortiment. Einige Artikel kenne ich noch aus dem Leslie Light My Fire Pack. Ja, die gab es, glaube ich, bisher nur einzeln. Die Blue Coussaro-Fontäne. Mensch, hier haben wir sogar einen kleinen Feuervogel drin. Und wenn ich mich nicht höre, sind auch Klasse 1 Artikel bei. Genau so sieht es aus, ne? Ist ein Set, was gemischt ist aus F1 und F2 Sachen. Ja, wie man sehen kann hier, ne? Super! Der ganze Pack hat eine NEM von 107,2 Gramm. Und ich muss sagen, hier ist ein schönes Päckchen, ne, Celina? Jo! Das ist doch was für euch, ne? Da gehen wir bald mal wieder runter, ein bisschen zünden, ne? Ja, guck mal hier, Florian hat auch schon eins in der Hand. Du hast auch schon eins, Florian? Zweimal! Freust du dich da drüber, oder was? Ja! Kann mir zweimal das gleiche drüber? Ja, na klar, für jeden eins, ne? Und guck mal, wenn ihr mal seht hier den Vulkan hier, äh, ist glaube ich auch aus den Highly Skill Pack, wenn ich mich nicht höre, oder Predator Pack. Und ist, glaube ich, einer von den gleichen Vulkanen, die auch in diesem Fontänen-Sortiment drin sind, ne? Ja, super, sehr schön. Ja, Leute, wie ihr seht, guckt mal, kennt ihr, glaube ich, noch vom letzten Jahr. Das ist die erste Kure von den Explode römischen Lichtern. Mit blauen, gelben, grünen, roten Kugeln. Ja, ihr wisst ja, letztes Jahr hatte ich ja die Bazooka gehabt, die ist, ähm, Wow! Auf dem, äh, YouTube-Channel von Planet Firework zu sehen. Ich habe dieses Jahr damit was ganz Besonderes vor, und was genau, das verrate ich noch nicht. Ne? Hört mal bitte auf! Und, ähm, lasst euch einfach überraschen. Ne? Ne? Das sind bisher ungefähr 2.200 Schuss hier, und, ja, weiter brauche ich dazu nichts sagen. Lasst euch einfach überraschen, ne? Gut, und hier haben wir noch was extra schönes, feines, ein Gigasmoke 300, von der Pyroland-Schmiede, ne? ich glaube das ding in circa drei minuten oder so genau das stets 300 sekunden ja sehr schön ein bisschen über drei minuten denke ich mal ja ist auch egal gigasmo von pyroland sehr schön ja heute das war es jetzt auch schon ein kleines päckchen es wird noch mehr folgen aber ich denke mal das sind schon ein paar schöne artikel die kinder hatten auch mal wieder spaß ihr könnt gerne noch ein bisschen rum donnern hier bitteschön du hast leider kreis du kannst das haben aber keine falschen sachen damit anstellen wenn dann kommt meiner ran und ich das gigasmo bei uns bis dahin noch einen schönen Abend euch noch und bis zum nächsten mal euer Sohawk und Family bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.